Was geht, meine Liebenbrüder? Seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Diesmal tatsächlich nicht mit Rainbow Six Seeds, sondern ein komplett anderes Game und zwar Fall Guys. Ihr habt es tatsächlich bestimmt mitbekommen, sehr viele Leute spielen das Spiel aktuell. Es ist sehr, sehr, sehr im Hype und ich dachte mir, warum nicht? Ich teste es dann auch mal. Und zu meinem Glück war ich tatsächlich auch nicht alleine in meinen allerersten Runden in Fall Guys, sondern bekommt tatkräftige Unterstützung von Kyunge, auch bekannt als Marvin, Justin, Keyblade und der echte Hübs. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit, wie gesagt, meinen allerersten Runden in Fall Guys. Nehmt mich bitte nicht zu hart ran, denn wie gesagt, es waren meine allerersten Runden und ich habe mit Maus und Tastatur gespielt. Im Nachhinein habe ich dann bemerkt, dass es mit dem Controller viel einfacher ist. Deswegen werden die Runden dann später noch angenehmer sein. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft auch öfters Fall Guys sehen werden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Wenn euch die Folge gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert gerne den Kanal. In diesem Sinne, macht's gut, viel Spaß. Bye, bye. Ich glaube, ich bin raus. Oh, 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 oh. Als ob ich vor dir bin, Alter. Junge, die Bälle blocken mich. Junge, wer zieht mich? Verpiss dich mal. Wer ist das hinter mir? Der Fuchs. Nein! Ich falle, ich falle, ich falle. Nein! Oh, man. Wenn ihr jetzt in der ersten Runde rausfliegt, seid ihr einfach Lappen. Nein! Dann kann ich mir mal ein Essen holen. Nein! Ich glaube, ich fliege echt raus. Ich darf das, glaube ich, noch. Nein! Ich bin los. Ja, nee, ich bin raus. Ich bin definitiv raus. Nein, ich bin raus. Jungs, es war meine Ehre. Danke für die erste Runde. Perfekt. Die erste Runde. Alle erste Runde rausgeflogen. Super. Habt ihr das jetzt alle geschafft? Ja. Ich spiele das das erste Mal. Ja, erste Runde, Junge. Das ist nicht so wie Ninja Warriors oder wie ich scheiße weiß. Casio Scarce? Ja, genau. Das habe ich früher mal geguckt. Rit, du kannst durchswitchen. Du musst nur unsere Nummer halt wissen, wer wer ist. Ja, perfekt. Ja, ich gucke. Ich bin, glaube ich, 3, 4, 5, 5 oder so. Ich bin 1, 3, 2, 8. Ich bin 15, 75. Bitte sei offen, bitte sei offen, bitte sei offen. Ah, mein Akku. Ich bin der Cactus. Ich bin 1, 4. Ich bin, wieso bin ich 1 da? Da, ich habe dich. Oh mein Gott. Alter, ich, ich treffe alle Türen. Junge, das Ding ist irgendwie knocked. Oh, fuck. Ich wurde richtig auseinandergenommen. Digga, er, bin immer noch 1. Oh, ich bin voll mitgezogen. Oh mein Gott. bitte schubst mich doch nicht so viel ich war die ganze zeit erst ich war ich war erster ich war erster ein fehler das ist los da ich hab die auch du wolf das soll sehr laggy ausmachen ja ja das lag ein bisschen spiel doch einfach beide auf einem fleck können wir beide beobachten diesen tipp geben bleibt einfach auf einer seite stehen und springt einfach nur dieses obere ding dreht sich halt nein 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 versucht mal den vierten oder fünften von links geradeaus zu laufen eins kann man geradeaus laufen habe ich gesehen das ist immer unterschiedlich der verdammt ja da fliege ich raus kaptus hey schubs ich kann nicht ja ich muss mir schubs ich was war das denn er hey hört mal auf alter alle yeeten sich gegenseitig justin nice try du musst einfach rumlaufen spring nicht du sprichst du früh lass mich doch los digger ist das an oben so viel ok 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 nein noch nicht ganz nein ich glaube justin ist raus nein das wird eng justin du hast noch eine chance entspannt entspannt oh justin oh 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 justin oh nein justin das war zufrieden nein justin warum springst du man das war so close oh nein ich hab gedacht ich kann dir nicht vermeiden oh ich dachte du packst du gehst du irgendwie durch den Boden oder so habt ihr mich gesehen ja ich hätte einfach weiter laufen können Marvin hat es geschafft ja lauf außen rum da hast du gute Karten weiter oh shit oh shit alles gut alles gut spring jetzt auf den linken und dann recht ja perfekt ja Junge unter dir frei unter dir frei ja dahin perfekt jetzt links 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 ja dauer einfach 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 gehen ja das sehen wir glaube ich gar nicht oder das war also klaus war ich noch nie an dem win ach nee digga nicht schon wieder die spielen ich hoffe ich komme jetzt einfach durch und nicht so ein bastard kiebel ich sehe doch du bist hinter mir wo bist du du kleiner bastard man sieht über seinen gruppenmitgliedern so einen roten fall oder so das ist echt praktisch ah perfekt digga der junge halt mich doch nicht fest du penner ich wurde da vorne katapultiert absolut dudude Ak vs craff ihr kennt diesen hemstsprung oder ja no – no nononononononononononono wie macht man diesen hemstsprung motto controller maus der statur oder? ょhrt ihr dö师 åh ha 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 ihr habt hicst puis Nein. Also ich hab's geschafft. Ja, ich hab auch. Also nur Reed draus? Ja! Nur Reed draus! Ja! Nur Reed draus! Reed ist so schlecht, ey! Ich hasse eben das Game, alter! Er hat zwei Runden gespielt. Ich check jetzt meinen Controller an. Scheiß auf Monster ist der Turmant. Ich kann nicht mehr, ey. Mann, Alter, was ist das für Bastarde? Oh shit, ich flieg schon wieder durch die Luft. Oh, alle schon wieder bei mir. I cannot more. Wie es Eins-Einweiser Poet sagte. Oh, warum bin ich jetzt hier, wo alle sind? Hey, er fährt mich. Über mich drüber. Jungs, ich würde sagen, easy, oder? Mit Controller. Let's go, der Hase. Spring doch! Nein! 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 Habibi! Habibi, mach nur nicht diesen! Digga, wenn mich jetzt einer crappt, ne? Aua, 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 aua! Nein, 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 nein! Gefallen! Steh auf! Steh auf! Bitte steh auf, Digga! Steh auf! Komm! Komm, Brudi! Ja, Brudi! Ja! Run! 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 Ja! Ja, Siggi! Ja, Siggi! Nein! Let's go, Alter! 42. Ich war der Letzte oder Vorletzte! Oh, Mann! Ja, ich bin gefallen! Hurensohn! Hä, ihr schubst mich doch nicht! Jungs, gönnt doch mal! Wir können doch alle in Frieden leben! Habibi Blocksberg! Oh! Oh, nein! Ja! Na, schau mal! Gott sei Dank, Junge! Boah! Ey, die Eule dreht sich! Das ist dein Scheißernst! Boah! 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 Ey, ich k... Ich k... Pfff! Pfff! Nein! Oh, Junge! Wie steil ist dein Gold? Nein! 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 Junge, in der letzten Runde! Guck mal Lila an! Ist das dein Ernst? Wie sollen wir doch... Kommt doch mal hier hinten! Dann kommt mal hier hin, Jungs! Junge! Mach's doch! Ja! Ja, Bibi! Run! Nein! Nein! Junge, Mann! Das gib's doch nicht, Allah! Ich rutsche! Junge! Oh mein Gott! Junge, wir sind alle hinten... Sind wir nicht alle gemeinsam? Kann das sein? Nein, Jungs! Hier hin! Jungs! Ah! Nein! 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 Junge! Ich kann... Ich kann nicht mehr, Junge! Ich kann nie mehr! Ich hab euch gesagt, die Wippen sind Aids! Ja, das wird nix! Ah, Junge! Immer dieses Vorletzte, Mann! Oh, vier Plätze, Jungs! Na, ne, ne! Die sind schon durch! Die sind schon durch! Ach, ne! Scheiß drauf, Digga, Alter! Wer ist jetzt durchgekommen? Ich bin noch ganz knapp! Ich bin durch! Wie bleibst du drin? Du bist aber auch ein Hacker, Alter! Let's go! Eins, drei, zwei, acht und eins, fünf, sieben, fünf, bitte ready machen! Also, schau mal, die mittlere Tür ganz am Ende, da steht schon mal fest! Sind die Türen immer gleich, oder was? Ja, die, die Dings sind, sind ein bisschen kleiner! Minimal! Hey, no way! Doch! Die richtigen sind ein bisschen kleiner! Deswegen, ganz am Ende die mittlere Tür! Trust me! Bisschen wieder... Kleiner? Ja, die sind minimal kleiner! Minimal! Glaub minimal! Seh ich nicht! Können wir jetzt einfach mal... Oh, Mann! Die sind ein bisschen kleiner, muss man einfach mal gleich gucken! Die letzten drei! Von der Höhe! Oh, mein... Gott! Okay, nein! Man sieht's nicht! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich seh's nicht! Ich schwör, ich seh's nicht! Ganz am Ende! Nicht... Bruder! Nein, 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 nein! Bruder! Fall doch nicht hin! Ja, ja! Ja, ich bin drin! Ich bin drin! Ich bin drin! Ich bin drin! Ja, Mann! Let's go, Alter! Achtzehnter! Easy peasy! Lemon squeezy, Alter! Top 5! Also muss ich schon mal sagen, bis jetzt meine Lieblings-Map! Ne, die ist echt geil, ne? Was ist? Seid ihr weiter? Ja, ja! Also Justin noch nicht! Ah, perfekt! Nein! Aber das hier ist halt, ne? Jungs, ich sag's euch! Vierte oder fünfte Reihe einfach geradeaus! Trust me! Ja, trust me! Gib ihm einfach! Ja! Ja! Ich bin gerade dabei! Ja! Ja! Ich bin gerade dabei! Beleidige ihn nicht! Ich glaube so, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Hips hat mit dem... mit dem Daniel hat nicht angefangen! Entweder war das Yoast oder ich, ich weiß nicht! Ja, das war so, glaube ich, ich glaube, das allererste Mal, als ihr alle gefühlt bei mir so... den Stream gestürmt habt, war's wohl erst... Eigentlich einer hat gesagt, er sieht aus wie der von Dschungelcamp, das kann ich gewesen sein, und der andere hat den Namen rausgefunden, weißt du? Mann, ich bin da richtig weggebasht! Mein Controller geht nicht! Halt dein Maul, Alter! Oh, Junge! Abgehoben, Digga! Nein, 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 nein! Ich bin in sowas einfach, dein Babo, Digga! Hey, warte mal! Wie kann ich fetzen? Wie kann ich fetzen? Junge, lass mich doch hoch, du bei-pasta! Halt einfach alle fest und dann gehen wir durch! Ach, scheiß drauf, Digga, Alter! Ist das jeder die Kacke, wo ich nicht durchgekommen bin? Naja, kein Easy-Geklopper! Nein! Nein! Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr! Junge, ich hasse diese scheiß Windmühle in der Mitte, Mann! Ey, ich hasse, das ist der größte Rotz überhaupt, ich komm da nie durch! Einfach nur ganz nah, und dann sofort diese... Ja, jedes Mal bin ich so ganz... Ich weiß, jedes Mal bin ich so ganz nah, und dann kommt dieser scheiß... Nein, ich kann nicht... Ey, manchmal springt der bei mir nicht, ne? Der hat mich runter-teleportiert... Ey, Bruder, gönn doch mal einmal! Ja, jetzt, 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 jetzt! Oh, easy, qualify! Wie fettig nochmal... Shit! Nein, ich bin absolut was, Digga! Junge! RIP Daniel von DSDS! Ja, Mann, ist so... Heftig! Was mit dem... Jungen! Alter, das hat sich so angehört, wie so ein Voice-Actor wäre... Ich bin auch, Digga! Ich bin einfach... Ich bin einfach... Ey, nein! Ich kann nicht mehr, Mann! Mann, Alter, wo wir die Runden mit Marvel gespielt haben, bin ich immer bis zur dritten Runde gekommen, Digga! Das war so gut! Das war so gut! Halt's im Maul, ey! Ja, jetzt ist auf den Jungs! Nein! Nein! Ja, hu 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 hu! Ach, Junge! Können wir mal ein etwas einfaches Game haben, wo ich die ganze Zeit rausfliege, Mann! Wegen... Wegen random Scheiß, Alter! Oh! No! Finally, Alter! Oh, ne, das wird eng! Jungs, verpisst euch! No, endlich, Alter! Wir haben hier Justin! Er springt gegen den... Oh, Digga! ...Bursteiger! Endlich, Mann, Alter! Hüppst, hast du's geschafft? Ja, natürlich! Easy! Und was denkst du, wer ich bin? Jungs, was denkst du, wer ich bin, Alter? Na, he he! Ich kann das nicht! Der abguckende Boss! Das spiel ich auch zum ersten Mal, aber ich glaub das können... Die Dinger rollen und du musst einfach nur von dem einen zum anderen... Kann man nicht einfach gegen die Wand? Das ist ein Chillitas Game! Kannst du, und dann fliegst du oft in den Schleim rein! Das ist ne Option! Jungs, erst mal schön posen, Alter, let's go! Äh, 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 was muss ich machen? Ich schätze nicht! Okay, okay, okay! Welche Nummer seit dem 1485 ist Manno, ne? Ich bin 1666! Oh, Junge! Ich, ich kann die Mitte gar nicht so abschätzen, Alter! Das fack mich ja richtig ab hier so! Was ist das für ein Game? Jungs, verpiss euch! Ne, ich bin nicht mehr drauf! Alhamdulillah, Bruder! Verpiss dich, Alter! Mit welchen Nummer bist du? Ein 60! 66! Bruder, verpiss dich! So ein dreckiger, ehrenloser Hund, Alter! Manche Leute wollen einfach nur wirklich so triggern, ne? Lääh, ne? Lääh, ne? Komm, der Penal steht einfach hinter ihm! Ah, Baby! Oh, shit! Wie hast du das gemacht? Oh, da hab ich den echt gefühlt, ganz kurz, Digga! Komm, können noch weitere fünf Leute bitte ausscheiden? Bitte! Das Game ist aber chillig! Das fühl ich, das fühl ich, Digga! Das fühl ich! Ja, einer noch, einer noch! Easy! Komm, let's go! Let's go! Let's go! Ich bin der Letzte! Ah, Baby! 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 Oh! Woo! Let's go! Banane! Banane! Oh, Junge! Ich weiß! Ich weiß! Ich weiß! Du kannst so einen so easy runter schaffen, ne? Ich schicken, ne? Nee, ich würd sich riskieren, Digga! Kirsche, Banane, Weintraube, Wasser, Melone Und 40 Kirsche, Banane Weintraube, Wasser, Melone Fürsich, Weintraube, Wasser, Melone Kirsche, Banane, Weintraube, Wasser, Melone Kirsche, Banane, Weintraube, Wasser, Melone Fürsich Kirsche, Banane, Weintraube, Wasser Komm, du rechts! Nee, nee, alles gut Ich hab schon was Ein bisschen entspannt Alles easy, Digga! Boah, Papier rausgezogen! Ah, Bruder! Guck mal, das Guck mal, ich muss sagen Das war jetzt eines echt der einfachsten Sachen, Digga! Einfach nur ein bisschen Memory und sonst nichts Hat nichts mit Glück zu tun! Nein! Ich hab's aber von Anfang an gesagt, Digga! Die Games danach waren so easy! Ich hab früher ganz oft Memory gespielt als Kind Und jetzt ist es einfach zu schwer geworden für mich Ja, aber wo? Ich finde die ersten Games sind die schwierigsten Das zum Beispiel auch mit den Türen und so Das finde ich sind die schwierigsten Oh, das ist voll geil! Das ist auch ein geiles Game Abschweifen! Hier hab ich gesehen Das Trick Immer in diesem Kreis quasi zu drehen Weil man so am schwierigsten ist Dass sie die sehen können Mal gucken, ob ich das hinkriege Muss ich auch greifen Oder muss ich den nur anlaufen? Du musst greifen! Was hat die auf greifen? Ich glaube ich hatte X Na du Penner! Hä? Bist du einfach gegen gelaufen? Nein, ich hab ihn gegriffen Meinst du den Kreis unten, oder was? Ja, ja Die laufen einfach an dir vorbei, so Ich sag doch einfach ein bisschen Chilliwilli Ich dreh mich nochmal um Versteck nochmal mein Schwanz auf Entspanntbasis Na ja, wir können den Score nicht sehen Das ist was mich gerade aufregt Du machst ja masters Wie schnell kann ich mir meine Schwanz wegnehmen, der Penner? Darf du больn durch ich dich H Won's Ich finde dein Carlo Junge, abpisst euch alter! Bratan! Bratan, Bratuchas! Bratinchin! Einfach 20 Sekunden noch, I can not more! Geh doch weg mal! I can not more! Danke dafür! Aber warum sind die manchmal schneller ohne? Weiß ich nicht! Ich hab nur so 2% oder so! Easy, 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 easy. Mal gucken, was kommt. Ah! Tja! Junge! Das Ding ist so easy! Ach so, warte, aber die Platten fliegen dann runter, ne? Aber dann würde ich jetzt safe vorgewinnen! Ja, aber das ist jetzt, aber das ist jetzt nicht das, wie du hattest, 1 zu 1, sie sind auf zwei Seiten. Also, der teilt quasi das Ganze durch viel. Ich gehe jetzt ab da! Oha, Digge, wie langsam sind die denn? Das ist jetzt safe schneller? Ja, wird's auch. Es bleibt so! Oh, die Ding ist da, wackelt voll. Warum? Ich weiß, die fallen dann runter! Am Ende bleibt dann noch eine einzige Plattform. Ah! Deswegen, ja. Okay, so schnell werden die dann Dinger auch nicht. Boah, wie viele Leute aufscheinen werden. Also, ich will jetzt nicht sagen... Ist das Finale? Oh, Bro! Oh, Bro! Oh, Bro! Das ist aber nicht Finale, oder? Ey, Junge, ey! Guck mal! Wenn das jetzt die letzte Platte... Das ist ja auch richtig eklig, Digge! Da ist keine Verbindung zwischen den Platten! Ja, wow! Ihr seid... Also, ist jetzt auf Glück! Entweder fliegen die oder wir! Wahrscheinlich... Okay, Glück gehabt! Ja, Digge, das ist einfacher Lack, da können die jetzt nicht... Für... Oh, Shit, Digge! Blau oder Lila? Bleib auf Lila, ich schwäß dir! Ich bleib einfach in der Mitte! Bleib auf Lila! Einfach in der Mitte, Digge! Ich glaub, die letzten zwei, bei denen passiert nichts, oder? Bro, what the fuck, Bro! Ah, das Ding geht jetzt schneller! Ja, mi amigo! Te gusta, mi amor! Das ist easy, Digga! Ah! Nein! Junge! Nein! Junge, ich konnte nicht springen! Das Ding hat mich... Das hat mich gequetscht! Oh! Egal! Du bist so schlecht! Ach! Komm, Halsmojiskri! Das ist nur Kake! Ah! Junge, da ist sogar Hübs noch besser als du! Ja, wahrscheinlich, oder... Vorletz... Nimm mich mit! Nimm mich mit! Boah, 16 Stunden noch! Das ist ganz schön eklig mit deinem PC! Boah, Digga! Gefühlt die Hälfte muss runterfallen! Weißt du, wie lange das jetzt dauern wird? Lange! Was muss ich jetzt hier machen, Digga? Einfach nur durchhalten! Und nicht runterfliegen in den Schleim! Einfach nichts machen! Einfach nur überleben, gefühlt! Oh, du kleiner! Ich bin kurz weg! Okay, happy B! Du Piss, halt mich doch nicht fest, Alter! Junge, verpiss dich doch, du Huren, Alter! Junge, hält! Halt mich doch nicht fest, du Bastard, Mann! Kommt, Jungs! Kommt, Jungs! Einer noch! Einer noch! Da seh ich mich drin! Ja, komm! Jetzt sind wir 10 Leute schon! Ich hab mich festgehalten, du Hund! Boah, hier sind viel zu viele Leute, Alter! Weg hier! Ja, ja! Da kommen 5 Leute noch! Let's go! Jetzt war's grad knapp, Digga! Ohhhh! Kannst du mich... Ich bin raus! Oh, doch! Digga, verpiss dich doch! Alter! Komm, 3 Leute noch! Jungs, gönnt doch mal jetzt, Alter! Ich kann nicht mehr! I cannot more, Alter! Mann, Digga, weil er mich festgehalten hat, Mann! Ja, easy! Das Ding dauert nur lange! Das fangt mich ein bisschen ab! Egal, wir sind drin! Wir sind drin!